Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Pink Panther und wir spielen mal wieder Achtung die Kurve. Und dabei haben wir eine YouTuberin, die Genie. Ja, ihren Kanal packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Und dann haben wir noch einen YouTuber dabei, den Delay LP. Schönen guten Tag, ich bin gerade auch verreckt schon. Denn von uns haben wir noch den Beuker, das ist der ProGamer. Guten Tag zusammen. Und der Dixen. Moin. Achso, und meine Wenigkeit, ich bin auch noch da. Der Beuker hat ja sogar ein Abzeichen. Ja, ja, der ist, der ist, der ist jetzt, der hat auch ein kleines Handicap und zwar spielt er jetzt mit Nase und dem großen Zeh war das. Oh, 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 oh. Nein. Ganz kurz, mit Pfeiltasten funktioniert das bei mir wohl nicht? Dann musst du mal kurz auf den Bildschirm klicken, sodass dann wirklich aktiviert ist. Gucken. Wird der vielleicht Games Out of Focus oder so? Nächste Runde dann. Verdammt! So, Beuka, dann zeig doch mal. Verdammt. Ich hab lange nicht mehr gespielt. Naja, das sehen wir. Ich hätte nicht umdrehen sollen. Wir sehen's. Die haben immer gesagt, ich würde mit Lenkrad spielen. Mit was spielt denn deiner Beuka denn? Das funktioniert immer noch nicht, verdammt. Mit nem Aim-Bot. Du spielst mit den Pfeiltasten, ne? Ja, ja. Komisch. Irgendwie so ein komisches Nummern-Pad oder so. Nee, nee, nee. Manchmal so eines daran liegt, dass mein Chat fällt irgendwie hoch. Du musst auch achten, dass da steht Games in... Oh mein Gott. Wenn ich das schaffe, bin ich echt gut. Dass das Game nicht Autofokus ist. Mein Chatfeld blinkt die ganze Zeit. Oh nein, nein, nein. Oh, Mensch. Dein Chatfenster? Ja. Das ist komisch. Dann klick mal Return und dann einfach nochmal auf den Bildschirm. Ja, jetzt geht's. Oh, wo bin ich? Du hast in dem Chat geschrieben und deswegen funktioniert das nicht. Oh, ich mach dir mal Platz. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh, 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 oh Ihr müsst den Orangenen da unten eintüßeln. Eintüßeln. Oh oh. Why I'm so fett? Oh, verdammt. Und guck mal, wie viel Platz ich hier noch habe. Ich komme, Beuker. Ja? Mein kleiner Pro-Spieler. Das wird knapp, ne? 13 und 16 Punkte. Ist aber so ungewohnt mit Pfeiltasten, weil normalerweise bin ich WHSD gewohnt. Was ist denn die Schildkröte? Mein Gott. Ach, Mensch. Ach du Scheiße. Nein. Wir haben... Ja, ja, ja. Ich habe extra in das Radiergummi nicht genommen und ich habe tatsächlich recht verhalten. Ich gehe in die Schildkröte, oh mein Gott. Ich kann es nicht glauben. Ich spiele jetzt auch mal mit den Händen dann, ne? Weil... Geh weg. Geh weg. Das ist so schwer. Oh, Mann. Oh, das war Glück. Das war eure Rettung. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Schnell, Hilfe, Schnell, Schnell, Schnell. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Anvisieren, anvisieren, anvisieren. Nein, ich schaffe es. So, jetzt Nerven behalten und den Platz, soweit es geht, dutzen. Oh Gott. Oh. Was, was, was? Ich bin fett. Warum bin ich fett? Nein, 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 nein. Geht doch. Aber ich hatte richtig Glück. Ich werde ganz auch in eine andere Linie gefahren, aber dann hat sich gerade so eine Lücke aufgetan. Boah, wie ein Heck da oben, weißt du. Warte, ich bin mal schon Launen, ne? Also ich kann dir das hier gar nicht. Ey, das macht... Also ich finde das richtig cool. Was mache ich, verdammt? Oh nein. Uppeli. Uppeli. Mist. Boah, was? Warum reagiert das nicht? Oh je. Oh, das ist schon krass, ne? Das ist so empfindlich. Die beste Ausrede ist immer, es leckt. Die Leck-Compensation. Geh weg, geh weg, geh weg. Nee, 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 nee. Scheiße. Hey, das ist so gut. Oh, ey. Doofo, roter Streifen. Was? Warum fährt der da durch die Wand? Wollick. Nein. Oh Gottchen. Oh, ich bin da hängen geblieben. Ich bin wieder in Führung. Alle bitte auf orange. Ja. Finde ich gut. Bam, 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 bam. Lasst ihn, ihn einkreisen. Nee, so nicht. Was? Was? Oh, nee, Richtung wechselst du. Du miesling. Das war jetzt echt mies gewesen. Verdammt. Das ist mein Tod. Was? Ich hab gewonnen? Ich hab gewonnen? Nein, ich hab noch nicht gewonnen. Nee, 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 nee. Doch, Tino. Gefahr ruhig in die Wand. Was? Nee. Nein, will ich nicht. Will ich nicht für... Was? Och, komm. Guck doch mal, wie er sonst so Kreise macht. Und jetzt macht er auf einmal sowas hier. Wie eklig. Boah, was wird denn das sonst fertig ist? Nein, nein, nein. Och, nein, Richtungswechsel. Wer war das denn jetzt schon wieder? Oh, oh. Nein. Oh, Beuker, du miese Tat. Nein. Wieder Richtungswechsel? Ja, ja. Das ist so unfair. Oh, oh, ob das gut ausgeht. Oh, 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 oh. Das war knapp. Das war ja knapp. Guck doch mal, wie der sich da durchschlängelt. Das ist doch unnormal. Ja, ja. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Verdammt. Ich muss definitiv üben. Hoffentlich klar. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh. Nein. Oh, 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 oh. Mist. Ach komm, ich war da schon dran vorbei. Das ging schnell jetzt. Was war denn das jetzt? Ich war da dran vor... Oh, Mann. Mutti. Das ist bei mir leckte das tatsächlich ein bisschen. Warum auch immer. Oh, holy shit, ey. Das ist total verzögert hier. Jetzt werde ich auch noch fett. Meine einzigste Chance. Was? Oh! Hab ich gewonnen? Jawoll! Genie! Cool! So, wir müssen... Was, wo bin ich denn? Weg! Ich war weg! Oh, Genie, komm mir nicht zu nah! Komm mir nicht zu nah! Komm mir nicht zu nah! Ich hab's gesagt! Verdammt! Okay, das ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo kommst denn du her? Peter! Wo kommst denn du her? Eindeutig Wallhack! Der hat gewonnen! Ich wollte ihn doch schlagen! Na gut! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen! Und unten in der Videobeschreibung, wie gesagt, findet die beiden YouTuber! Vielen Dank! Tschüss! Tschüß! 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 Tschüß!